Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in einer Laber-Folge. Also ich erzähle euch ein bisschen was oder wir reden ein bisschen. Also ich hatte jetzt einfach mal für diese Folge geplant, dass ich euch einfach mal frage, wie soll es genau auf meinem YouTube-Channel weitergehen? Keine Ahnung. Beziehungsweise könnt ihr mir Ideen schreiben, aber ich werde es wahrscheinlich so wie immer machen bis jetzt. Ich mache halt einfach das, wie es läuft. Also darauf habe ich mal Bock oder irgendjemand wünscht sich mal eine Folge von dem und dem Spiel. Dann bringe ich davon eine Folge und so war es eigentlich bis jetzt immer. Ich habe hier aber in letzter Zeit und hatte ich oft immer so ein paar Spiele, die ich aktiv gespielt habe. Und deshalb wollte ich einfach mal fragen, gibt es irgendein Video-Format oder irgendein Spiel, was ihr weitersehen wollt von den Games, die ich bis jetzt immer sehr aktiv gebracht habe? Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten kann es sein, dass euer Game auf einmal nicht mehr in Videos vorkommt. Deshalb die Games, die ich eigentlich sehr, sehr regelmäßig gebracht habe, sind auf jeden Fall Clash Royale. Sagt ihr, jo, weiter Clash Royale-Videos ist irgendjemandem wichtig, genauso wie Brawl Stars und auch Agariow. Das waren eigentlich die Sachen, die ich jetzt am aktivsten, am längsten jetzt gerade aktiv bringe, glaube ich. Also diese drei Games und Stumbleguys eigentlich auch noch, auch relativ häufig. Ist da irgendein Game dabei, wo ihr sagt, jo, das muss auf jeden Fall dabei bleiben? Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, aber wirklich ehrlich sein, ihr könnt ruhig ehrlich sein, wenn euch keins von den Games, die ich jetzt wirklich sehr, sehr oft bringe, interessiert, dann kann ich das auch weglassen, weil ich will hier halt einfach so weitermachen wie bislang. Einfach immer das bringen, was ich will. Und für den Fall, ich weiß es halt nicht, ob es überhaupt jemanden juckt, die Sachen, die ich bis jetzt gebracht habe, von diesen Games, die ich gerade aufgezählt habe. Es könnte sein, dass ich die nicht mehr bringe, aber ich will halt jetzt auch nicht einfach so mit denen aufhören. Ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Game ihr mal sehr gerne sehen würdet als Videos und so. Ich weiß noch nicht genau, ich will irgendwie noch was anderes machen, vielleicht auch ein paar mehr PC-Videos und dann trotzdem nicht so überkrass geschnitten, wie ich das bis jetzt bei den beiden PC-Videos gemacht habe, die ich bis jetzt veröffentlicht habe. Also es sind nur zwei Stück, die ich am PC geschnitten habe und habe halt immer sehr viel Aufwand da reingesteckt. Deshalb habe ich jetzt auch noch nicht mehrere gemacht als zwei. Ja, genau. Und ansonsten auch gerne bei Twitch sagen, da bin ich ja jetzt auch ein bisschen krasser geworden, also ein bisschen cleaner. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich habe zwar nur ein einziges Mal seitdem gestreamt, seitdem ich so ein bisschen eher darauf gehe, was ich selber zocken will. Aber da könnt ihr mir auch gerne sagen, was ihr da gerne mal sehen würdet. Also wirklich, wo ihr sagen würdet, yo, das würde ich gerne gucken, beziehungsweise einfach mal ein paar Vorschläge rausballern. Ich bin jetzt eher so bei Solo-Games, also ich würde schon am meisten feiern, wenn ihr vielleicht mal ein geiles Solo-Game mir vorschlagen könnt, was ich so richtig suchten kann beim Stream. Ansonsten auch gerne andere Vorschläge oder vielleicht auch mal ein Horror-Game, das sind ja auch meistens Solo-Games. Könnte ich mir auch mal vorstellen, da in der Richtung was zu bringen. Wie gesagt, gerne Ideen hier drunter schreiben. Und ganz wichtig für den Fall, dass hier irgendwas ist, ganz, ganz ehrlich bitte sein, wie zum Beispiel Clash Royale oder so, was ihr sagt, okay, davon müssen weiter Videos kommen, das kann ich nicht abwenden, das fehlt. Es wird vielleicht auch ein paar Sachen hier immer noch geben, aber bei mir war es irgendwie so, die letzte Zeit, und sehr oft ist das so, dass ich mir irgendwelche Games aussuche, die ich irgendwie dreimal, also die drei Games bringe ich dann immer und immer abwechselnd. Und vielleicht mache ich das jetzt nicht und nicht, dass ihr denkt, hä, wo ist dieses eine, warum kommt kein Agario mehr, warum kommt kein Glishoyer mehr, warum kommt kein Brawl Stars mehr. Deshalb wollte ich das Ganze mal hier in so einem Video machen. Jo, ansonsten würde ich sagen, morgen kommt wieder bestimmt irgendwas anderes. Ich gucke mal, wir haben jetzt 21.18 Uhr, gehe ich noch live, ich bin mir unsicher. Eigentlich wollte ich heute noch live gehen oder nochmal ein bisschen was an so einem anderen Video am PC rumwerkeln. Bin mir jetzt unsicher, jetzt haben wir es schon relativ spät, jetzt nicht super spät. Weil ich weiß nicht, ob ich noch Bock habe, irgendwie was zu machen. Mal sehen. Ich würde sagen, lass gerne ein Like da unten, Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.